Das war die Frau, warte mal, mit C, die Frau Corona. Die hat irgendwann angerufen und gesagt, ich habe eine riesige Idee. Das Ganze muss jetzt möglichst kontaktlos werden. Ja, dann haben wir mit immer mehr Leuten geredet. Die Niederkanzler, die ja wirklich sehr beliebt ist, dann auch weiterführen. Lass uns da was zusammen online machen und wir diese Pakete mit Essen und so anbieten können, ist eine tolle Sache. Wir übertragen den Niederkranz zu Ihnen nach Hause. Einmal schon das Paketchen mit den Liedtexten Luftschlangen für die Stimmung. Lecker! Wir sind zu zweit. Zu zweit? Genau. Aber schön mitzunehmen. Aber natürlich. Das ist eine super Nummer einfach. Und es ist wert, schau es dir an. Genau, der Headtest. Das ist recht simpel. Wir brauchen zehn Aufnahmeleiter für zehn Artikel. Das wird schon sehr aufwendig und sehr professionell, also das ist fast schon eine Samstagabendshow als Stream. Die Showtreppe fehlt. Ansonsten hat die Show alles. Aber lieber so als gar nicht. Und ich glaube, mir Mainzer kriege das auch online hin. Ich hätte auch lieber vor ganz viel Publikum gespielt. Ja, besser als Schafe auf jeden Fall. Herzlich Willkommen zum ersten Online-Niederkranz mit freundlicher Unterstützung und Job mit unserem Menniklub. Prost! Mein Arm zertrümmert Winz. Mein Arm zertrümmert Winz. Mein Arm zertrümmert Winz. Mein Arm zertrümmert Winz. Heile, heile, Gänse, es ist bald wieder gut. Das Kätzchen hat die Schwänze, es ist bald wieder gut. Heile, heile, Mausespeck, in hundert Jahren ist alles weg. Zum den neuesten Modestyls trägt man bei uns nur Rot und Wein. So sind wir, wenn ich's geführe, Heile, Mausespeck, in hundert Jahren ist alles weg. Wir werden es halt noch kapieren, Heile, Mausespeck, in hundert Jahren ist alles weg. Also für kurz mal eben zusammengeschüttelt, glaube ich, war's ganz gut. Ja, aber es war auch gesagstreckend. Ich hab auch noch nie zweieinhalb Stunden lang in der Sauna gesetzt. So sind wir, können wir nichts überführen, weil wir Fenster sind. Wir werden es halt noch kapieren, weil wir Fenster sind. Und dann wollen wir, können wir uns überführen, werden es gar ok. Wenn wir, können wir uns überführen, Pack ´, können wir uns überführen. 不对. Und dann können wir uns überführen, Sascha mal kat."